ja hallo und guten tag meine sehr geehrten damen und herren es freut mich dass sie heute an unserem webinar zum thema omega 3 fettsäuren mit dabei sind ich hoffe dass sie spaß daran haben und hoffe auch dass wir eine schöne zeit miteinander verleben werden um so ein bisschen über die wunderbare welt der omega 3 fettsäuren etwas zu erfahren ich darf mich selber kurz vorstellen mein name ist jörg hüfe nach meiner ausbildung zum rettungssanitäter und nach meiner ausbildung zum drogisten ich habe mich sehr interessiert für heilpflanzen bin ich mit dem studium der ernährungswissenschaften angefangen an der universität diesen habe dann zum dr ertroff promoviert und zwar am lehrstuhl von professor leitzmann dem mentor der vollwert ernährung um dann eine wissenschaftliche forschungstätigkeit in berlin aufzunehmen und sie werden es kaum glauben was mein erstes erster bereich überhaupt war das waren nämlich die omega 3 fettsäuren an denen ich sehr intensiv geforscht habe ich habe selber studien durchführen dürfen ich habe ungefähr 65 publikationen geschrieben zum thema omega 3 fettsäuren habe dann das feld verlassen um mich in der pharmazeutischen industrie in oldenburg so ein bisschen auszutoben und habe 93 dann das institut für ernährungsmedizinische informationen in oldenburg gegründet bin also jetzt seit über 25 jahren selbstständig und freue mich sie heute entsprechend durch dieses seminar führen zu dürfen ja worum geht es heute ich möchte ihnen die wundervolle welt der omega 3 fettsäuren entsprechend vorstellen dass wir so ein bisschen über nutzen und risiken von omega 3 fettsäuren sprechen ist es wirklich sinnvoll mehr fisch zu essen oder soll man fischelkapseln einnehmen haben die nebenwirkungen gibt es da irgendwelche probleme kann man damit krankheiten therapieren all diese dinge wollen wir uns einmal so ein bisschen genauer anschauen und ich hoffe sie haben spaß dran so und jetzt starten wir einfach mal mit der ersten folie ja wie kann man überhaupt auf die omega 3 fettsäuren nun das waren die spuren der eskimos als nämlich im jahre 44 ein britischer biochemiker nämlich dr jutz sinclair eine forschungsreise nach alaska gemacht hat übrigens wenn sie mal einem eskimo auf der straße begegnen sollten dann reden sie niemals bitte mit eskimo an eskimo ist ein schimpfwort und heißt eigentlich rohfleischfresser die eskimos selber nennen sich inuit menschen ja also bitte nicht über eskimos sprechen über inuit so und da gab es nämlich hinweise dass diese inuit in alaska oder auch in grönland extrem niedrige herzinfarkt raten hatten und besonders gute blutgerinnungswerte und der erste hinweis der war wirklich dass es eine fischreiche ernährungsweise gibt bei diesem volksstamm deswegen auch hier der inuit junge mit seinem wunderschönen lachs und das war eigentlich ausgangspunkt dieser ganzen forschungsreise und dann waren es in den 60er jahren zwei dänen bang und dürberg die nach grönland gefahren sind die dort lebenden inuit auch ebenfalls genauer untersucht haben und die haben wirklich festgestellt dass es da wirklich extreme werte gab die hatten überhaupt keine keine herzinfarkt raten die hatten super gute blutgefäße also die hatten keine arteriosklerose und sie hatten extrem niedrige blutfettwerte ja und diese beiden forscher die haben manche dinge festgestellt nämlich zum einen dass die hauptnahrungsquelle der inuit wirklich seefisch und robben sind dass zum zweiten diese kaltwassertiere einen extrem hohen gehalt an den sogenannten omega-3-fettsäuren haben wir kommen noch gleich darauf zu sprechen was das in dem falle überhaupt sind und die forscher haben festgestellt warum diese omega-3-fettsäuren überhaupt wichtig sind sie können sich vorstellen das wasser der polarmeere ist dort eiskalt bei ungefähr einem grad plus kurz vor dem gefrieren und die tiere schwimmen dort im kalten wasser und könnten eigentlich überhaupt nicht überleben und dadurch dass unglaublich viele dieser omega-3-fettsäuren in den tieren im körper in den blutzellen in den zellmembranen entsprechend eingebaut sind bleiben die blutzellen wirklich elastisch und dadurch auch das blut fließfähig und das ist der grund warum diese tiere da in diesem kalten wasser überhaupt überleben können ja wo kommen diese omega-3-fettsäuren jetzt überhaupt her wir menschen und auch die tiere die fische können omega-3-fettsäuren selber überhaupt nicht produzieren sondern es sind algen es sind algen die das entsprechend im wasser herstellen und kleine frische kleine fische fressen algen und die kleinen fische werden wieder von den großen gefressen und so reichern sich diese omega-3-fettsäuren im fischfleisch entsprechend überhaupt an und je größer der fisch desto mehr omega-3-fettsäuren hat er und irgendwann werden diese fische gefangen und landen bei uns hier beim menschen und wir haben dann irgendwann mal ein schönes fischgericht und ernähren uns dann entsprechend mit diesen omega-3-fettsäuren die sich dann auch bei uns im körper entsprechend anreichern können und sie sehen es schon entsprechend an der überschrift meine damen und herren omega-3-fettsäuren sind essentiell sie können vom körper selber nicht hergestellt werden und müssen von außen über die nahrung zugeführt werden und deswegen gibt es kein leben ohne omega-3-fettsäuren so jetzt bitte nicht erschrecken jetzt kommen wir in die wunderbare welt der chemie und diese folie erkläre ich gleich ganz ganz einfach da müssen sie sich gar keine sorgen machen dass sie das nicht verstehen hier unten hier unten sehen wir eine typische langkettige omega-3-fettsäure und zwar ist das die sogenannte eicosapentaensäure kurz EPA genannt das sehen sie hier entsprechend so hier ist die fettsäure nochmal entsprechend dargestellt da ist der carboxyl rest und omega-3 bedeutet dass vom ende der fettsäure 1 2 3 zwischen dem dritten und dem vierten kohlenstoffatom darum dass c dass dort die erste doppelbindung sitzt doppelbindung bedeutet dass zwei kohlenstoffatome doppelt miteinander verbunden sind das hat vor und nachteile vorteile dass dieses molekül sehr schnell entsprechend reagieren kann nachteil ist dass du eine omega-3-fettsäure sehr empfindlich ist diese doppelbindung kann sehr leicht aufklappen und dann wird im prinzip das molekül unwirksam es wird ranzig es ist ein fett es verdirbt und aus dieser omega-3-fettsäure entsprechend werden vom körper noch weitere omega-3-fettsäuren produziert das ist zum beispiel die docosa hexaensäure kurz DHA genannt auf die kommen wir in dem falle noch zu sprechen der absolute gegenspieler der omega-3-fettsäuren ist die eher bekannte omega-6-fettsäure das ist die linolsäure die wir vor allen dingen in pflanzenfetten sehen werden da schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an und ganz ganz wichtig ist es dass im körper ein gesundes verhältnis zwischen dieser linolsäure und der eicosapentaensäure entsprechend hergestellt wird weil dies ist wichtig für die wirkung der omega-3-fettsäure und da schauen wir uns gleich einmal noch ein bisschen genauer an so wichtig ist nämlich hier das verhältnis von omega-3 und omega-6-fettsäuren wie gesagt omega-3-fettsäuren eigentlich ausschließlich in fisch und meeresfrüchten in kurzkettiger form ich komme noch darauf zurück in bestimmten pflanzenölen wie rapsöl oder auch leinöl und omega-6-fettsäuren haben wir vor allen dingen in den klassischen ölen die wir haben sonnenblumenöl margarine und ähnliches so und jetzt gibt es eine eindeutige empfehlung und dazu haben sich die drei deutschsprachigen gesellschaften nämlich die dge in deutschland die öge in österreich und in der schweiz die sge und sve zusammengeschlossen und haben eine eindeutige empfehlung gegeben nämlich das verhältnis von omega-3 zu omega-6 sollte will ich bei einer ausgewogenen ernährung 1 zu 5 betragen sie merken omega-6-fettsäuren in dem falle wesentlich mehr weil auch omega-6-fettsäuren essentiell sind entsprechend für den körper und das aktuelle verhältnis beträgt leider momentan nur 1 zu 8 und das hat entscheidenden einfluss auch entsprechend auf den bedarf was wir gleich so ein bisschen näher sehen werden so und hier kommen wir schon der sache ein bisschen näher wir wissen heute dass das verhältnis von omega-3 zu omega-6 große auswirkungen hat auf das herzinfarktrisiko und gerade in bestimmten ländern aber auch in den USA liegt zum teil sogar ein verhältnis von 50 zu 1 vor also ganz ganz wenig omega-3 entsprechend überhaupt im körper und daher kommt es dass 45 prozent der menschen in der tat an herzinfarkten in europa und den usa sterben bei den japanern wo wesentlich mehr fisch gegessen wird denken sie an sushi und ähnliches haben wir nur 12 prozent und bei den grönländern die natürlich können sich vorstellen kaum zugriff haben auf gemüse oder oder pflanzenöle in dem falle haben wir ein verhältnis von 1 zu 1 und da haben wir eine herzinfarkte arte von nur 7 prozent die grönländer die sterben natürlich auch aber die sterben an ganz anderen dingen so und diese etwas auch komplizierte abbildung zeigt so ein bisschen was die omega-3-fettsäuren nämlich im körper überhaupt machen ich habe die beiden wichtigsten schon erwähnt die eicosapentaensäure epa und die dha die docosahexaensäure und die bilden sogenannte gewebshormone im körper das nennt man auch mediatoren und das sind so begriffe wie postaglandine, thromboxane und leukotiene und die haben sehr günstige wirkungen auf den körper sie sind nämlich gefäßerweiternd das heißt das blut kann besser fließen sie sind gerindungshemmend das blut wird ein bisschen flüssiger und sie haben einfluss auf die entzündung im körper und wenn sie sich einmal anschauen was die omega-3-fettsäuren machen da ist nämlich der wichtigste baustein die sogenannte arachidonsäure das ist der direkte gegenspieler zur eicosapentaensäure und der körper macht daraus wenn viel arachidonsäure im körper vorhanden ist macht er postaglandine i2 das wirkt zwar ebenfalls gefäßerweiternd und gerinnungshemmend aber ein großer Gegenspieler dazu ist das thromboxane und das wirkt gefäßverengend und gerinnungsfördernd das ist ungünstig weil das entsprechend Herzinfarkte promovieren kann und ein Gewebshormon mit dem schönen Namen Leukotene B4 und das wirkt stark entzündungsfördernd und deswegen sollte man wenn man Entzündungen im körper hat also rheuma oder ähnliches sollte man möglichst wenig Omega-6-Fettsäuren zu sich nehmen also wenig entsprechend Sonnenblumenöle und ähnliches verzehren sondern eher auf Rapsöle oder auf Leinöle entsprechend zurückgreifen So und an dieser kleinen Tabelle zeige ich Ihnen einmal was man in der Zwischenzeit überhaupt festgestellt hat welche Wirkungen Omega-3-Fettsäuren im Körper überhaupt haben Sie sehen hier eine deutliche Entzündungshemmung das heißt es wird gerade auch therapeutisch eingesetzt bei entzündlichen Krankheiten wie die schon erwähnte Rheumatoide Arthritis Ich habe deutliche Wirkungen auf die Trigizerid-Werte im Blut also die sogenannten Neutralfette die ja bei vielen Menschen erhöht sind die werden deutlich gesenkt bis zu 50% Die guten HDL-Cholesterin-Werte also LDL ist ja das Böse und HDL ist das gute Cholesterin das wird entsprechend leicht angehoben Erhöhter Blutdruck kann entsprechend leicht gesenkt werden Das sind so Werte um 20-30mm Quecksilber-Hg was wir da haben Die Durchblutung wird entsprechend angeregt und bei der Blutgerinnung ist es so dass das Blut dadurch flüssiger wird durch diese Omega-3-Fettsäuren dass die sogenannten Blutplättchen oder auch Thrombozyten nicht mehr so schnell verklumpen Das ist wichtig auch zur Vorbeugung von Herzinfarkt und auch deutliche Wirkungen auf Probleme bei Herzrhythmusstörungen wurden durch die regelmäßige Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren in der Tat beobachtet Ich fasse das meine Damen und Herren nochmal zusammen Also die Omega-3-Fettsäuren die fördern die Durchblutdruck nämlich die Blutgefäße werden weiter Zweitens die Blutfließfähigkeit steigt entsprechend an Das heißt das Blut kann auch durch feinste Membranen entsprechend durch Kapillanen entsprechend überall hinkommen und entsprechend auch Muskeln und auch Zellen mit dem wichtigen Sauerstoff entsprechend versorgen das heißt die Muskeln funktionieren dann besser Durch diese verbesserte Blutung wird eben der Arteriosklerose der Adernverkalkung entsprechend vorgebeugt dadurch auch eine gewisse Vorbeugung für Herzinfarkt und Schlaganfall und wir haben gesehen dass Entzündungen gemildert wird deswegen wird durchaus auch in alternativen in alternativen Medizin werden die Omega-3-Fettsäuren eingesetzt zum Thema Neurodermitis und entsprechend Schuppenflechte und wir haben gesehen dass die Trigizeride im Blut also die Neutralfette deutlich gesenkt werden ebenfalls das Cholesterin entsprechend beeinflusst wird und das Verhältnis vom Bösen LDL zum HDL entsprechend positiv beeinflusst wird So diese nächste Folie auf die gehe ich jetzt wirklich kaum ein sondern das ist eigentlich eine Zusammenfassung der Dinge die ich entsprechend schon erwähnt habe welche Möglichkeiten wir überhaupt haben Omega-3-Fettsäuren auch klinisch entsprechend einzusetzen weil es eine Vielzahl eine Fülle von Wirkungen gibt die für den Menschen wirklich sehr geeignet sind und sehr gesund sind und wir relativ wenig Nebenwirkungen in dem Fall haben Das ist auch der Grund meine Damen und Herren warum Omega-3-Fettsäuren auch sehr gerne eingesetzt werden um den Blut-Lipid-Spiegel entsprechend zu regulieren nämlich wie gesagt deutliche Senkung der Neutralfette der Trigizeride das Gesamtcholesterin und LDL-Colesterin geht leicht zurück das gute heilsame deswegen heilsame Cholesterin wird entsprechend gesteigert und das ist nicht gut für die Fische weil sich daraus natürlich herauskristallisiert dass Omega-3-Fettsäuren gesund sind und das ist eben schlecht entsprechend für die Fische hier mal ein Bild meine Damen und Herren aus der klinischen Forschung das heißt wenn ein Mensch gut mit Omega-3-Fettsäuren versorgt ist wie gut die Versorgung sein muss das zeige ich Ihnen gleich dann habe ich ein deutlich reduziertes Sterberisiko von wirklich 20% nach einem Herzinfarkt an einem zweiten Herzinfarkt entsprechend zu sterben wenn ich ebenfalls mit Omega-3-Fettsäuren und dem Vitamin E versorgt bin sinkt das Risiko um 19% und allein nur mit einer guten Vitamin E Versorgung sinkt das Risiko um 13% aber das ist wirklich in dem Falle nicht signifikant wichtig ist allgemein die Versorgung mit diesen Omega-3-Fettsäuren Vitamin E wird übrigens benötigt auch gerade in Fischölkapseln um die empfindlichen Strukturen der Omega-3-Fettsäuren zu schützen wir haben das vorhin gesehen mit der Doppelbindung die klappt leicht auf und Vitamin E stabilisiert eben dieses Molekül und sorgt dafür dass diese Doppelbindung nicht leicht aufklappt so wie viel muss ich denn jetzt überhaupt von meinen Omega-3-Fettsäuren aufnehmen und die beiden wichtigsten habe ich Ihnen schon genannt das ist die EPA die Eicosapentaensäure und die DAA die Docosa Hexaensäure schwere Namen ich habe lange dafür gebraucht das entsprechend flüssig auszusprechen so die aktuellen Einnahmeempfehlungen lauten dass von der EPA 250 Milligramm bis 300 Milligramm am Tag aufgenommen werden sollten und von der DAA ebenfalls 250 bis 300 Milligramm das ist der Bedarf ich komme noch gleich drauf zu sprechen und gucken Sie sich mal an was im deutschsprachigen Raum für eine tatsächliche Aufnahme herrscht nämlich nur 40 Milligramm EPA und nur 70 Milligramm DAA das ist unglaublich niedrig da eben diese Langketting Omega-3-Fettsäuren in der Tat nur in Kaltwasserfischen vorkommen wir werden es gerade nochmal sehen in Makrele Hering und Lachs und das ist der sogenannte physiologische Bedarf das heißt der Bedarf sagt dass von einem Nährstoff so viel zugeführt werden sollte dass der Körper gerade so damit entsprechend funktioniert wenn ich jetzt Probleme habe nennt man das einen therapeutischen Bedarf und das heißt dass ich wenn ich Krankheiten entsprechend therapieren möchte also erhöhte Blutfettwerte angehen will meinen Blutdruck senken will dann brauche ich deutlich höhere Mengen als diese 250 bis 300 Milligramm entsprechend pro Tag das heißt die Empfehlung auch der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sagt ganz ganz klar mindestens zwei Portionen Fisch pro Woche und das meine Damen und Herren ist wirklich eine ganze Menge ja viele Menschen essen überhaupt keinen Fisch oder viele Menschen essen nur vielleicht mal eine Portion Fisch pro zwei Wochen und Fisch ist ihnen nicht gleich Fisch wenn sie an diese doch leckeren Fischstäbchen denken die aus Seelachs entsprechend gewonnen werden haben diese leider kaum ein Omega 3 Gehalt und wir schauen uns gleich jetzt einmal an wo wir Omega 3 überhaupt überall haben so aber erst noch mal eine kleine Begriffserklärung weil wir haben natürlich Omega 3 in Lebensmitteln und welche haben wir da nun wir haben sie im Prinzip alle schon erwähnt fast bis auf die Alpha-Linolensäure das ist die wichtigste kurzkettige Omega 3 Fettsäure die wir in pflanzlicher Ernährung haben ich habe es schon erwähnt im Rapsöl entsprechend und vor allen Dingen auch im Leinöl und daher kommt auch der Name der Linoleensäure nämlich aus Lineum aus Leinen und Oleum entsprechend Öl so der Körper kann wenn er viel Omega 3 Linoleensäure bekommt kann der Körper daraus in der Tat auch Eicosapentaensäure herstellen allerdings ist dieser Prozess sehr sehr kompliziert für den Körper und sehr energieaufwendig das heißt ich brauche ungefähr zehn Moleküle Alpha-Linolensäure um daraus ein Molekül Eicosapentaensäure herzustellen und das ist wirklich energetisch sehr aufwendig und darum ist überhaupt der Fisch und vielleicht auch die Algen wir werden sehen die wichtigste Quelle für diese beiden Fettsäuren Eicosapentaensäure der Name kommt aus dem griechischen Eicosapenta-20 und Penta-5 das sind nämlich die Doppelbindungen und das sind 20 Kohlenstoffatome und für die DHA für die Docosahexaensäure ist das entsprechend ähnlich so wo findet man denn jetzt überhaupt unsere Omega-3-Fettsäuren das ist natürlich für die Ernährung und auch für entsprechende Ernährungsempfehlungen unglaublich wichtig also die kurzkettige Alpha-Linolensäure wie schon erwähnt findet sich vor allen Dingen im Leinöl aber auch im Rapsöl in Hanföl in Walnussöl und in den sogenannten Chiasamen also in ausschließlich pflanzlichen Lebensmitteln die Eicosapentaensäure kommt ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor nämlich vor allen Dingen in Fischen und Sie sehen es am reichsten überhaupt an der Omega-3-Fettsäure EPA ist der Hering jetzt aus dem Atlantik oder Ostsee natürlich auch der Lachs deswegen gibt es auch Lachsölkapseln Thunfisch und auch Sprotte und die Docosahexaensäure in den ähnlichen Fischen aber auch vor allen Dingen in der Makrele großes Vorkommen und das ist auch wichtig auch nachher für unseren Vortrag in Mikroalgen das ist vor allen Dingen die Alge Schizochytrium die also sehr viel an Omega-3-Fettsäuren entsprechend produziert und das ist die einzige pflanzliche Quelle das ist eben sehr wichtig für Vegetarier und Veganer für Omega-3-Fettsäuren und wie schon erwähnt die Fische können das selber nicht produzieren sondern reichern das über die Nahrungskette im Fettgewebe an indem sie viel Algen entsprechend verzehren und dann entsprechend die Omega-3-Fettsäuren anreichern können Schauen wir uns einmal an wenn wir uns überlegen welche Fische wir denn entsprechend kaufen sollen wo wir denn die meisten Omega-3-Fettsäuren haben und das sind vor allen Dingen die fettreichen Fische und schauen sie mal hier sind die Zahlen also sehr reich an Omega-3 ist vor allen Dingen der Hering die Makrele entsprechend und der Lachs aber auch Thunfisch und der Heilbutt haben deutliche wesentliche Mengen an diesen Omega-3-Fettsäuren wenn ich jetzt an die klassischen fettarmen Fische gehe und das sind ja die die wir vor allen Dingen verzehren also Kabeljau Seelachs Flunder Scholle und ähnliches die haben deutlich weniger Omega-3-Fettsäuren und leider das ist eben wichtig für unsere Genießer so Hummer Schalentiere Krustentiere Garnelen haben auch sehr wenig Omega-3 und das ist auch der Grund dass es eigentlich seit den 80er Jahren entsprechende Präparate gibt Lebertran schon deutlich länger wird ja verwendet um den Körper mit Vitamin A und D zu versorgen schmeckt ja wer schon mal probiert hat fürchterlich ist schon eine bedeutende Quelle an Omega-3 sollte aber nicht zur Deckung des Omega-3-Bedarfs verwendet werden weil man damit viel zu viel an Vitamin A und D bekommt und die sind fettlöslich und die können sich im Körper anreichern deswegen empfehlen sich hier entsprechend Fischölkapseln wie zum Beispiel Laxelkonzentrat die in der Tat eingestellt sind auf Omega-3-Werte von mindestens 30 33 Prozent es gibt die aber auch mittlerweile schon in angereicherter Form wo es bis zu 85 Prozent entsprechend hoch geht so und wichtig zu wissen natürlich ist auch wie viel Omega-3 habe ich denn überhaupt in Pflanzenölen und schauen sie mal Ölsäure ist eine Omega-9 Linolsäure ist eine Omega-6 Alpha-Linolensäure ist eine Omega-3-Fettsäure und die finden wir im Prinzip in wesentlichen Bestandteilen nur im Leinöl und auch im Rapsöl und der Gehalt an EPA und DAA an den Langketting Omega-3-Fettsäuren ist in diesen Ölen in der Tat null So ich muss jetzt nicht den Fisch in gebratener oder gekochter Form oder auch in frischer Form als Sushi zu mir nehmen sondern beispielsweise die ganz normale Fischkonserven also Makrele in Thunfischsoße oder in Tomatentunke oder in Senfsoße die haben durchaus einen bedeutenden Gehalt an Omega-3-Fettsäuren also man muss es nicht unbedingt frisch haben Konserven gehen in der Regel manchmal auch um seinen Omega-3-Bedarf zu decken So und jetzt gibt es ja immer wieder die Diskussion Fisch auf den Tisch oder auch Fischölkapseln was soll ich machen wie soll ich meine Ernährung optimieren Sie erinnern sich zwei Fischmahlzeiten pro Woche sind die Empfehlungen der Ernährungsgesellschaften aber wer schafft das in dem Falle wirklich und Sie werden mir sicherlich recht geben Fisch ist in den letzten Jahren unglaublich teuer geworden so natürlich gibt es zwar Vorteile ich habe dort ein natürliches Lebensmittel wenn ich viel Fisch esse dann ist das ein Ersatz von Nahrungsmitteln mit reichlich sogenannten gesättigten Fettsäuren also Fleisch, Wurst, Käse diese gesättigten Fettsäuren die sind ja ungünstig entsprechend für den Körper weil sie die Blutfettwerte ansteigen lassen und auch entsprechend Atherosclerose fördern und Fisch hat einen deutlich niedrigen Cholesteringehalt das ist wichtig aber ich sollte mindestens zwei Fischmahlzeiten pro Woche verzehren mal Hand aufs Herz wer schafft das in dem Falle wirklich und deswegen sind auch Fischölkapseln entsprechend entwickelt worden ich habe eine bequeme Einnahme die nehme ich entsprechend zum Essen und ich oute mich mal meine Damen und Herren seitdem ich Ende der 80er Jahre mit den Forschungen angefangen habe nehme ich wirklich jeden Abend zum Abendessen Fischölkapseln entsprechend ein um mich vor Herzinfarkt und erhöhtem Blutfett werden in dem Falle zu schützen das ist in dem Falle sehr bequem und ich kann es exakt dosieren das ist völlig klar hier auch ein kleiner Exkurs ich höre immer wieder dass manche Menschen das sind so ungefähr 15 Prozent sagen dass sie nach der Einnahme von Fischölkapseln über ein fischiges Aufstoßen klagen das können sie komplett verhindern wenn sie die Fischölkapseln wirklich direkt zu einer Hauptmahlzeit nehmen also nicht isoliert vor oder nach sondern direkt dazu das rutscht dann gleich weiter vom Magen in den Darm wird verdaut und ein fischiges aufstoßen findet man eigentlich dann in dem Falle überhaupt nicht der dritte Vorteil von Fischölkapseln ist sicherlich dass man bei die seine Ernährungsgewohnheiten beibehalten kann die können aber auch dadurch sehr ungünstig sein und deswegen ich habe keine Reduktion von gesättigten Fettsäuren wenn ich nebenbei auch noch viel Fleisch und Wurst und Käse esse ja und ich entwickle vielleicht noch einen Vorteil keine Aversion gegen reichlich Fischgenuss vielleicht entwickelt man wirklich bei zwei Fischmahlzeiten pro Woche dann doch eine entsprechende Aversion gegen zu viel Fisch das kann durchaus möglich sein so hier noch ein kleiner Exkurs zu neueren Forschungsergebnissen man prüft mittlerweile ob Omega 3 Fettsäuren und das Thema Depressionen zusammenhängen und dazu gibt es in dem Falle wirklich in der Tat einige Beweise wir haben zum Beispiel gesehen dass Länder die einen hohen Fischkonsum in dem Falle zeigen also Japan Mittelmeerländer Grünland dass sie dass hier in diesen Ländern die depressiven Erkrankungen deutlich seltener in dem Falle auftreten man hat viele Studien gemacht und gesehen dass diese langkettige Omega 3 Fettsäure EPA bei depressiven Patienten deutlich erniedrigt ist man hat in Zellmembranen nachgewiesen dass die zweite langkettige Omega 3 Fettsäure die DAA entsprechend erniedrigt sind diese Omega 3 Fettsäuren findet man seltener in den Blutzellen und auch im Plasma und auch bei schizophrenen Patienten also Patienten mit deutlichen psychischen Störungen dort haben wir einen Mangel an Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren hier sind sicherlich aber noch weitere Studien in dem Falle nötig um wirklich Omega 3 Fettsäuren bei psychischen Erkrankungen entsprechend zu verwenden So bevor ich jetzt zum Ende komme wollte ich Ihnen noch bevor ich die Zusammenfassung mache die These von einem Forscher namens Crawford vorstellen und zwar hat der gesagt dass der Mensch erst überhaupt zum Mensch geworden ist indem er gelernt hat Fische überhaupt in dem Falle zu verzehren und dafür gibt es einige Thesen nämlich wenn man sich das Gehirn einmal anschaut besteht das Gehirn in der Tat zu 60% aus Fett nämlich aus Arachidonsäure und dieser Docosa Hexainsäure und ich habe vorhin schon erzählt dass es sehr unglaublich schwierig ist diese langkettigen Omega 3 Fettsäuren herzustellen selbst wenn man viel Alpha-Linolensäure in dem Falle verzehrt und der Mensch ist ja erst zu Menschen geworden indem sich das Gehirn entsprechend deutlich vergrößert hat und laut der These von Crawford war diese Gehirnvergrößerung erst möglich indem der Mensch gelernt hat Fische zu fangen die zu verarbeiten die vielleicht zuzubereiten überhaupt an die Fische zu kommen und dadurch gab es eben deutliche Omega 3 Mengen im Körper und das hat überhaupt zur Menschwerdung entsprechend erst beigetragen die Begründung dafür ja Fleisch kann als Haupt Omega 3 Quelle ausgeschlossen werden weil Fleisch kaum Omega 3 hat ja Milchkühe die auf einer gesunden Weide stehen die reichern durchaus kurzkettige Omega 3 Fettsäuren im Fleisch und auch in der Milch an und deswegen gehen die Forscher davon aus dass eben Fische oder auch Meeresfrüchte als Omega 3 Quellen wahrscheinlich waren und ich habe es schon erwähnt die Fähigkeit zur Eigensynthese unterliegt starken Schwankungen wenn ich viel Omega 3 habe wird sie sogar herabgesetzt also daher kann es in dem Falle nicht kommen und daher Menschwerdung eigentlich erst durch das Erlernen des Fischens und das Fangen von Fischens ja das ist jetzt meine letzte Folie ich hoffe es war für Sie spannend ich fasse mal kurz zusammen wofür wir Omega 3 Fettsäuren überhaupt nehmen können also A Omega 3 Fettsäuren sind essentiell der Körper kann sie selber nicht herstellen B die Omega 3 Fettsäuren sind wichtig für alle möglichen Funktionen des Körpers Sie können zum Beispiel die Blutfette senken Sie können den Blutdruck senken Sie können die Gefäße weiterstellen Sie können dadurch Arteriosklerose und Herzinfarkt entsprechend vorbeugen und Sie können auch in größeren Mengen entzündliche Krankheiten überhaupt therapieren das heißt ein Einsatz bei bei einer Arthritis oder auch bei Schuppenflechte der Psoriasis wurde entsprechend diskutiert und auch schon in vielen klinischen Studien entsprechend untersucht sodass es für eigentlich alle Menschen in dem Falle sehr wichtig ist sich optimal mit Omega 3 Fettsäuren entsprechend zu versorgen und das war entsprechend mein Anliegen dafür entsprechend zu sensibilisieren dass Omega 3 Fettsäuren einfach wichtig sind für die Gesundheit und dass man eigentlich gar nicht genug davon bekommen kann weil auch in größeren Mengen sind sie praktisch unschädlich wie gesagt die einzige Nebenwirkung die wir beobachtet haben unter größeren Mengen von Omega 3 Fettsäuren ist eben dass die Blutgerinnung beeinflusst wird und das hat zur Folge dass man vor größeren Operationen so ein paar Tage vorher Omega 3 Fischölkapseln absetzen sollte ja das war mein Fazit ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auf das gemeinsame Webinar mit Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund mit Ihnen mit Ihnen sie mit Ihnen Vielen Dank.